Zum Beispiel sagst du am Ende einfach, ich hab einen großen Pimmel und dann ist das das Ende und dann gibt es keinen Schein nach außen oder so. Schein nach außen. Schein nach außen. Kein Hateout oder sonstiges. Jungs. Alright. Leute, ich hab euch nicht mehr. Ernsthaft? Wir reden auch nicht. Doppelt, doppelt, doppelt. Ne, schade. Selber doppelt. Cool. Selber, selber. Lachen alle Kälber. Was ist nur los mit euch? Ich hab übrigens von Katjas diese sauren Wunderland-Katjas, die Gummibärchen. Die sind richtig gut, ne? Die sind vegan und da ist ein Einhorn drauf. Aber man, nein, wir machen nicht wieder Tim und Present, wir machen mal anderen. So, die sind richtig lecker, ne? Die Wunderland-Gummibärchen, ich liebe die. Boah, ich werde nicht mit Present auf eine Seite. Alter, sei mal leise. Nein, besorg den anderen Avatar, dann gehe ich mit dir auf eine Seite. Zwillinge. Das wird richtig gut gleich aussehen. Schwule. Oh, man. So, jetzt müssen wir taktisch vorgehen. Bazi hat jetzt Nidoqueen, Amphistle und Luxra. Luxio, sag ich doch. Present einer Voluminas, Pure Aki und Bottogel. Oh shit, ich hab den falschen Zettstein auf dem Motto. Wieso war dein Timo weiblich, du Arschloch? Das war beabsichtigt. Weil du ein hübsches Mädchen bist. Das hast du auch schon mal gemacht. Du hast auch schon mal ein weibliches Present. Akkani genommen. Nee, ich hab meinen von C-Eron weiblich damals in der S-Horling Present genannt. Weil ich meinte, ey, das passt gut zu dir, Present. Ja, gute Zeiten. Aber das ist lustig. Das ist nicht lustig. Guck mal, alle so stehen gerade da und ich so voll geheim. Ja, ja, hab ich mir vorhin schon gedacht. Mann, das ist meine Stunde. Diesmal werde ich nicht als erster losfliegen. Du wirst alle, dass ich das wert. Glaubt halt selber nicht. Alter, die Twins. Ja, ich hab Bonk. Denkt sich mal. Ich hab Bonk. Boat. Oder Boatner. Ach, bitte. Head, Present. Demolente. Head, Timo. Regulus. Maximus. Das Ding ist, eigentlich wollte ich einen Z-Move drauf spielen, aber jetzt habe ich leider den falschen drauf. Okay. Sehe ich hier meinen Wassertypen mit dem Moment. Keine einsetzbare Attacke verfügbar. Shirt. Okay. Shirt. Okay. Ich muss erst mal schauen, was ich für den Kraftreservist. Ja, ihr seid auf meiner Seite. Dann will ich mal sagen, gönnen wir uns den Present als erstes, oder? Ah, bitte. Alright, here we go. Neben ihm steht ein Boden-Pokémon und er hat eine vielfache Bodenschwäche. Ich will jetzt keine blöden Sachen sagen, aber er hat dich keine Frikadelle holen lassen, Timo. Oh. Du gehst aber trotzdem auf mich. Sieh, du warst da, du gehst safe auf mich, oder? Let's go, der Volente. Ha, das war alles mein Plan. Moment, warte noch mal ein bisschen. Ha, das war alles mein Plan. Moment, fiegt euch weiter. Exkursion, der Volente. Oh, lame. Tank ich. Das war alles meine Strange-Tank ich. Ich habe euch mal gemeldet. Oh, Bauna. Der hatte einfach einen stehen, Alter. Ruf Timo morgens, wenn er aufwacht. Ich hoffe, meine Nachbarn habe ich nicht gehört. Nur Satz. Stell dir vor, so einer kriegt keinen mehr hoch und auf einmal ein Bouna. Oh, Mann. Ach ja. Hallo, ein Teleskop? Ja. Ich glaube, die sehen anders aus. Nein. Alter, Bodycheck, den kenne ich irgendwoher. Ich dachte gerade, dein Boziger heißt Catwoman. Ja. Wer kennt mich? Okay. Present, bevor ich jetzt irgendwas drücke, kann sich die Katze auch in die Luft sprengen. Nein, kann es nicht. Alles klar. Dann bin ich ja froh. Können wir aber bitte aufhören, mich zu vorgerissen. Dankeschön. Dein, Tim. Hey, ich bin nicht auf dich gegangen. Ja, aber Tim. Ich bin für seinen Sturm. Hey, nein, das war der Volente. Sechst. Nein, Bauna. Okay, Present. Sorry, dann geht es jetzt auf dich. Ach, bitte. Ja, dann nehme ich das in Kauf. Ach, Mann. Alter, macht das viel. Das war ein tapferer Boner. Der Beste, den ich je hatte. Pures Sad. Ja, war schön mit euch. Hat Spaß gemacht. Hat sie gerade einfach so Fettsack gesagt. Aus dem Nichts. Fettsack. Present XD. XD, DDDD. Haha, den Witz habe ich noch nie gehört. Buh. Ja. Alter, der Hund. Hi. Okay, Timo. Wir lassen uns beide in Ruhe, weil ich kann dich einfach zerstören. Hä? Ja. Ja? Gut. Hä? Ja? Okay. Alles klar. Ich denke, wir wissen, was der Plan ist, oder? Ja, Mann. Was ist denn klar? Ja. Ja. Habe ich mich gerade auch gefragt. Gut, da verstehen wir uns, ja. Gut. Freu mich, dass wir darüber geredet haben. Wasser sollen. Wasser sollen. Wasser sollen. Wasser sollen. Alter, holy shit. Und Wasser sollen. Wasser sollen. Wasser sind. Hi. Mann, der Hund ist ganz schön nass geworden. Alter, es geht an Nehmen. Bodycheck ist einem anderen Bausgewicht, ich bin begeistert. Das ist doch einfach Bodycheck-Wert. Griff hat das lustig, weil Sim den Bodycheck immer nicht hat. Ähm. Ist nicht witzig, weil man den Witz erklären muss. Habt ihr eigentlich nie einen Z-Move? Ich hatte einen. Ich hatte einen Wasser-Set-Move ohne Wasser. Ich hatte einen auf Zoroark. Haha. Wer war Zoroark? Weiß ich nicht. Drastisches Drachendrönen. Ey, das tanke ich echt easy. Ja, das ist nur ein 10%-Sager. Alles klar, ne Stern, die gönnt bei uns. Hi. Bams. Warum ich? Weiß nicht. Achso, ich dachte, dass wir das hier übergesprochen haben. Okay. Ach, Mann. Was? Moment, du hast das? Nein. Leute, das hab ich noch nie gesehen, das sieht ja voll cool aus. Das hab ich selber vergessen. Alter, das ist halt echt so das Verbündnis von den Power Rangers. Ich beschwöre, überliste den Feiniger. Ich schwöre, ich hab das vergessen. Alles klar. Ja, genau. Töne, du hast das vergessen. Ja, ähm. Du hast die Macht, ihn aufzuhalten. Vielleicht bin ich gewaltwandelt auf Geschenk. Ähm. Ja, heim ich doch gerne noch. Dann warum hast du nur noch ein Pokémon-Present? Könntet ihr bitte aufhören, mich anzugreifen? Ich versuche, ihn zu. Alter, ohne. Aber da geht es auch noch 1000 Pfeile. 100% Zygarde ist halt übel broken. Normaldem. Im FF Ace, weil ihr denkt so, ja, ist ja nur ein 10% Zygarde. Und auf einmal kommt da so ein fetter Obelist, der Peiniger. Ja, so ungefähr. So, Alter. Alter, Bodychick. Welch aus? Spring. Oder so. Alter, sieht das sick aus. Holy shit. Moment, das geht nicht gegen Botogil. Okay, alles safe. Nein, hä? Du bist auch... Ja, nein. Da wollte ich gerade sagen, ich bin ein Flug-Pokémon. Ah, jetzt verstehe ich. Nein, aber weil ich 1000 Pfeile doch die Pokémon auch auf den Boden bringe, wenn nicht. Hallo jetzt, Jungs. Warum geht ihr auf mich? Komm, Barzi, du hast noch eine Chance zu glänzen. Okay. Mit meinem Elektro-Pokémon. Na gut. Ja, ich bin Kagu. War schön mit dir. Ich hätte, by the way, Drachentanz in meinem Set. Ich, ähm, hätte übrigens gerne ein anderes Pokémon. Also, ich werde es weiterhin versuchen mit Geschenk, aber ich kann auch nicht... Heim mich hoch, heim mich hoch. Ich wollte gerade sagen. Eishat, Eishat. Oh, lol. Tank ich, tank ich, tank ich. Der schaffte mir, der schaffte mir. Alter, nothing. Kein Freeze. Oh, Gott. Warum hat... Mehtang, bitte trifft deinen Move. Ich weiß, dass du viel verlangst, aber bitte. Das war ein Eishat, das war vierfach effektiv. Junge, das ist ein Lux, hier gegen den 100%-Sagat. Jetzt, komm schon, tank den. Junge. Das ist mein Boy. Das hat er verdient. Können wir jetzt bitte mal Tims zweites Pokémon langsam töten? Ja, Tim hat halt wirklich noch zwei Pokémon. Ja. Das ist eins der Gart. Sing, zang. Das hat er mich an den Wookie, Alter. Die Sache ist, Timo geht safe auf SD, ich sag's. Nein, ich schwöre, ich habe kein SD im Set. Die sind halt gerandomized. Okay, das ist klar. Oh, Gott. Weißt du was? Ich werde dich jetzt mit dem Eiszahn freezen, Timo. Das wäre so cool. Ich werde dich jetzt freezen mit diesem Eiszahn. Nein, das wäre gemein. Nein. Ach, warte, das hat auch diese Fähigkeit? Nein, das hat er sich an den Zitruspärbeln. Okay, okay. Ein bisschen geht daneben. Nice present. Nice present. Das sind zwei Opfer. Und Militak ist der Einzige, der trifft, der im Ende der Welt nebrede. Als ob ihr alle auf mich gegangen seid. Warum? Ich bin auf Bodycheck gegangen. Ja, ich bin betroffen. Cool, oder? Als ob ihr alle auf mich... Ja, doch bist du. Jetzt schürfst du Opfer. Aua. Present nehmen wir den zusammen jetzt auf. Ja, ich bin jetzt versehentlich auf Geschenk gegen Tim gegangen. Versehentlich. Oh, versehentlich. Und jetzt heizt ihr wahrscheinlich hoch, oder? Nee. Oh, endlich sehen wir die Animation. Easy heiler. War nur ein kleines Geschenk. Freeze. Freeze. Ja, also... Na gut. Also, Tim, ich hoffe, du hast ein schnelleres Pokémon. Ja, also, was das angeht. Aber immer kann er nicht mit Ruckzucki besiegen. Okay, Freunde, was wollen wir tun? Timo ausgeben, weil er plus sechs ist? Aber ganz kurz, wenn ich auf Geschenk gegen Timo gehe, dann heil ich ihn vielleicht hoch, Leute. Ich kann das doch nicht riskieren. Ja, es ist okay. Freeze. Ja, okay, gut. Dann machen wir das. Na gut, das klingt nach einem Plan. Das ist ein safer Plan. Wenn nicht, erst ich warte mal an Spaghetti. Okay. Nicht letzter werden. Let's go. Oh, Emonie. Nein, Emonie. Warte, bist du auf ihn? Bitte Heilung. Heilung. Nein. 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 Ich konnte nicht auf Timo gehen. Das war halt die Sache. Doch, konntest du. Nein, weil ich ihn vielleicht geheilt, dann hätte er vielleicht gewonnen. Nicht letzter. Niemals. Und die Sache ist, ich konnte auch kein Geistpumann angreifen. Okay, Preston, dann regeln wir das mal, über die Sachen. Ja, okay. Wie willst du jetzt gewinnen, Preston? Habe ich da gehört, zwei Siege in Folge. Ach, wie willst du jetzt gewinnen? Bazi, das war doch ja nichts gegen dich. Doch. Das war letztes, der Richtig. Jetzt geht's los. Ich hätte ein bisschen noch freezen können. Oh, pure Seth. Yes. Das war auch nur zum Aufregen. Du bist einfach alle. Hast du acht Feiersturm? Alter, lass mich bitte auf Verzweifler kommen. Triff nächstes, war schade. Das war eine schöne Zeit. Bodo G, cool. Present XD. XDD. Cool. Du besiegst Present und Raise. Hast du gehört, Bazi? Ich. Das war in der Einzahl. Besiege Present und Raise. Ich habe Saga nur mitgenommen fürs Thumbnail. Alles fürs Thumbnail. Alles fürs Thumbnail. War doch kein Fred. Nee, nee, nur fürs Thumbnail. Ich bin immer noch überrascht, wie wenig dieser vierfach effektive Eiszahn gemacht hat. Das war ein kacken Luxio. Sollen wir die Audio stoppen? Ach ja, schaut bei den anderen vorbei. Links in der Videobeschreibung. Tschüss. Schi, schi, schi.